Norddeutscher Rundfunk 2021 Die Glamour Girls sind in der Schule so die reichen und immer die aufgestyltesten und die arrogant. Ich bin hübsch, ich bin reich und ich bin das beliebteste Mädchen der ganzen Schule. Die Glamour Girls sind so eine Art Bande und das sind halt Tussis und so die beliebtesten, sag ich jetzt mal so, aus der Schule. Und die fühlen sich so richtig cool. Ich würde mal noch nie betrügen. Und wer das Casting nicht ab 14, würde ich da natürlich sofort mitmachen. Wir lachen alle anderen aus, die wir nicht mögen, lieben alle Schmuck, Schuhe und Jungs und interessieren uns eigentlich alle für dasselbe. Wenn ihr ihn so super kennt, könnt ihr ihn ja mitbringen zu meiner Party. Die ärgern halt immer Lotta und Cheyenne und sind tussig und blöd zu allen anderen. Okay, dann lade ich euch eben ein. Aber nur zusammen mit Marlon, sonst gilt die Einladung nicht. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein.